Ich hatte mal einen Mordfall und da habe ich es mir aber schlimmer vorgestellt. Irgendwie, das war jemand, der wurde erstochen. Auf jeden Fall waren dann hier halt irgendwie so Stiche und das ist, das war gar nicht so heftig, wie ich es mir vorgestellt habe. Solche Stiche, die haben halt anscheinend gereicht, um halt irgendwas Wichtiges zu treffen.